Alter Schwede, ist das lange her, wo wir das gespielt haben, nicht wahr? Ich glaube sechs Monate oder so waren es um den Dreh. Naja, jetzt kommt es auf alle Fälle wieder. Willkommen zur weiteren Folge von Mario Kart Wii Online. Und ich sage es jetzt schon mal, ich bin nicht schuld, wenn euch die Augen gelasert werden müssen. Deswegen, danke für das schöne Item. Deswegen, ich empfehle euch jetzt schon, das Ganze hier in 27p zu gucken. Sprich, auf einem Handy oder so. Natürlich mit den höchsten Einstellungen, die geht. Denn bei einem Ranzrechner mit meinem ist er ja nicht mehr möglich, das muss ich mittlerweile sagen. Vor allem, weil halt Abnutzung und so weiter und so fort. Und ja, als kleiner YouTuber hat man halt nicht Geld, was auf den Bäumen wächst. Wäre natürlich schön, wenn man immer das Neueste bekommen würde oder sich gönnen kann. Aber leider spielt es das hier nicht. Und ich hasse diesen Typen jetzt schon. Natürlich war es ein Japaner. Ja klar, jetzt bin ich jetzt schon so weit hinten. Schau dich, dass dann die erste Runde es gemacht ist und automatisch letzter. Ja gut. Schön, wenn sich manche Sachen nie ändern, aber ja. Hier im V-Teil ist es halt echt so, dass dir die Leute nichts gönnen wollen. Und deswegen bist du schnell mal leider außen vor. Na wartet, na wartet. Gib mir einen Kugel, Willi. Danke dafür. Und ich bin schon wieder vorne mit dabei. So, jetzt komm her, mein Freund. Genau, genau, alle, wie der durchrasselt. Unglaublich. Und er lässt mich direkt beim Turbofeld raus. Das ist natürlich nett. Es spielen alle wieder mit Funky Kong. Ich hab den Kerl nicht mehr freigeschaltet hier auf der Tatsache. Deswegen spiel ich wohl und übel auch mit Decay. Mit dem normalen... Alter, ist das... Warte, ich hol mein Item, komm. Und jetzt, Alter, jetzt geht es euch wirklich an den Kragen. Jetzt reicht es langsam. Als ob es wirklich immer mich erwischt. Na gut, okay. Die haben alle ihre abwertigen Taktiken. Ich brauch jetzt ganz schnell ein Speed-Item. Gib her, danke. Ist zwar nicht das Beste, aber es sollt reichen. Den hab ich erwischt. Und ich glaube, das sollte dem Kerl auch den... Der hat... Oh lol, der ist klein. Der muss eine Wolke bekommen haben. Nice, ich hab ihn genutzt. Ja! Ich hab drei hinter mir gelassen. Das ist nicht gut, aber egal. Minus 25, okay. Für den Einstieg reicht es auf alle Fälle. Und welcher Japaner das noch immer vorher war mit dem Stern. Ich schwöre, ich werd mich rächen. Der Delfino Square und das mit satten zwölf Leuten. Ey, ich könnte heulen. Und da machen die 100 CCM auch keinen Unterschied. Alter, mit zwölf Leuten. Das wird ein Untergang des Todes. Ich sag's euch. Also jetzt brauch ich irgendeine Strategie, weil sonst wird das nix. Ey, aber es ist so lustig, wie jeder Funky Kong fährt. Ich hab das schon mal erwähnt, aber der Funky Kong ist der Waluigi hier. Alter, jetzt hätte er mich fast in meinen eigenen Roten reingestoßen. Das ist doch... Ich sollte mir vielleicht das Wheelie-Fahren wieder angewöhnen, weil da wird man ja schneller, so wie man hier grad gesehen hat. Der hat ja echt noch ein Grün raushängen lassen. Ich würd sagen, großes Ziel, nicht zweistellig werden. Ach komm, ja klar, gib mir den Stern. Übrigens, es ist mir egal, ob ich andere rammen könnte. Ich tue's nicht. Ich versuch einfach nur so gut es geht zu fahren. Damit bin ich dann zufrieden. Vor allem die Rampe bin ich schon runtergelassen. Perfekt. Für die Noobs natürlich. Hab ich früher immer gesagt. Wenn die Rampe unten ist, wenn man als Spieler kommt, dann ist man schlecht. Weil wenn man erster ist, ist die Rampe gefühlt immer offen. Also man kann dann... Man macht da so einen Jump dann drüber. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ich sollte vielleicht trotzdem ein bisschen auf Gas drücken. Ich hab gar nicht mehr allzu viel Zeit gerade. Ich muss nämlich heute noch zur Teststraße und dort aushelfen ein bisschen. Hab mich freiwillig gemeldet, deswegen. Ein bisschen was für die Allgemeinheit zu, natürlich. Ja, komm, spring, spring. Ja, ja. Was? Ich war in der Luft. Ich war eindeutig in der Luft. Ich meine, der Leck kann es natürlich ein bisschen verzehrt haben, aber trotzdem. Ich finde das nicht okay. Und der ist runtergefallen. Ich bin fünfter. Warte, haben alle die Abkürzungen da genommen. Es scheint so und jeder hat es verhaut. Das ist natürlich belastend. Okay, ein Stern. So, und jetzt machen es schön. Ja, okay, jetzt erwischt es mich auf alle Fälle nicht. Gut, ich bin clean. Ich hab ihn erwischt, glaube ich. Ich bin gerade... Nein, Blitz! Jetzt hat er einen Kugelwille auch noch bekommen in dem Moment. Okay, der ist, äh, OP jetzt. Der kann gechillter fahren als jeder anderer. Äh, war das nicht meiner. Okay, ein Tintenfisch. Gut, okay, den kannst du gerne haben. Den braucht eh keiner. Trotzdem, ich sollte schauen, dass ich jetzt ganz schnell wieder Plätze gut mache. Komm, es sieht so gut aus. Maxi-Pilz, jawohl! Verschnellter, verschnellter lang. Okay, das war ein kurzer Maxi-Pilz. Ich dachte, die wären mal länger gewesen, aber egal. So, und jetzt... Einen grottigen Pilz! Einen grottigen Pilz! Und jetzt fahr ich noch ins Gras auch. Okay, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Man hat die Tasten... Alter, das ist Maxi-Pilz! Schnell da! Nein! 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 Jetzt fahr ins Ziel. Jetzt fahr ins Ziel. Mach jetzt keine Faxen. Okay, hinter mir ist keiner. Okay, der freut sich zwar nicht, aber ich bin Sechster, glaube ich, gewesen. Das heißt, Minus könnte ich, glaube ich, vermieden haben. Komm, zeig das Ergebnis. Mach mir einen Gefallen. Bitte plus, bitte plus, bitte plus. Plus acht! Ist nur ein kleiner Erfolg, aber er reicht auf alle Fälle. Ach, gut. Ab in die letzte Runde. You were disconnected from the other players. Okay, gut. Alles klar, kriegen wir ein paar neue Kumpanen. Ich weiß nicht, ob ich es eingeblendet habe, aber we had a little bit disconnected. Das heißt, wir haben jetzt neue Leute. Oh, wir spielen gespiegelt. Alles klar. Und das auf DK Summit ist so eine Strecke, die ich überhaupt nicht leiden kann. Aber, ja. Was willst du tun? Na gut. Warte mal, hatten wir die jetzt gerade nicht am Anfang? Ich bin gerade verwirrt. Leute, ich hatte nämlich so gefühlt acht Testaufnahmen davor, deswegen. Ähm. War ich, wo halt immer wieder Lecks waren und deswegen habe ich die meistens dann immer abgebrochen, weil das halt keinen Spaß gemacht hat. Also krasse Lecks, teilweise sogar. Oh mein Gott! Unspielbarkeit war da drin und deswegen, ja. Ich kann mich gerade echt nicht erinnern. Ich glaube aber nicht. Ja, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Kommt nicht davon, wenn man die ganzen Einstellungen austesten muss, aber ja. Was willst du denn tun? Ich bin wieder 10. Ja, wohin. Was mit dem gerade passiert ist, keine Ahnung. Der ist gerade an irgendwas hängen geblieben. Wahrscheinlich an sich selbst. Jetzt gibt mir ein geiles Item. Königspilz. Das kann ich bei der Passage da oben jetzt eh gut gebrauchen, ne? Ja, komm, warte, ich flitz hier rüber. Warte, ich sollte das vielleicht einsetzen, auch bevor der Stern kommt. Wenn man mich der erwischt, ist mein Item wieder weg. So, jetzt mache ich Ultra-Hardcore-Move. Jawohl! Es hat funktioniert, Alter. Das können nur die Pros, ich sag's euch. Alter, was war das denn für ein geiler Stunt? So, jetzt da rüber. Noch ein Königspilz. Controller? Was war das denn jetzt? Wo fahre ich denn lang? Okay, was auch immer es war, es war geil. Es hat mir viel geholfen. Der Letzte ist jetzt da richtig weit hinten. Es soll fast unmöglich sein, jetzt noch Letzter zu werden. Gut, ich nutze mal einen Stern. Kann ich den anderen ein bisschen Angst machen? Oh, unten Maxi-Pilz. Jawohl, erwischt. So, jetzt geht noch den. Perfekt, einer ist mir genau reingesaust. Nein! Habt ihr das gesehen? Mir hat mich der Spacko gestoßen. Oh. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Und ein Königspilz wieder. Nein, aber es ist schon wieder das. Warum? Was machst du denn? Da wäre der Fünf-Netz drin gewesen. Warum hat der jetzt... Der ist in dieser Pose hängen geblieben. Was war da jetzt? Aber ich kriege trotzdem plus 57. Achso, weil das so starke Leute waren. LOL! Nur 9.000er. Und da wäre ich nicht Letzter? Tja, Default. Minus 980. Brä. Das ist Salz. Belastend. Gut, das war das dritte Rennen. Zwölf Leute. Ja, wahrscheinlich. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.